Musik Heute haben wir im Goethe-Institut eine sehr tolle Weihnachtsbastelei veranstaltet. Unsere Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt. Für uns ist es unheimlich wichtig, dass die Lernenden aktiviert werden. Musik Die Kinder haben sich besser kennengelernt, sie haben sich ausgetauscht und haben auch gesehen, wie man recyceltes Material wiederverwenden kann. Musik Es ist unheimlich wichtig, dass die Kinder durch dieses Basteln ihre Kreativität erweitern. Und das ist eines unserer Hauptzielen im Institut. Musik Sie haben natürlich sehr großen Spaß gehabt miteinander. Musik Und sie haben sehr schöne Basteleien kreiert. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020